Es kam ja bekanntlich zu dem Finanzskandal in der CDU, wobei ich übrigens an die anonymen Spender von Helmut Kohl nie geglaubt habe. Ich auch nicht. Da sind wir uns ja einig. Sie waren dann auch einbezogen und Ihr Verhältnis zu Helmut Kohl ging gänzlich auseinander. Ich habe darüber nachgegabt, gibt es zwischen Politikerinnen und Politikern innerhalb einer Partei keine wirklich festen Freundschaften? Nein, das war ja nicht eine Frage der Freundschaft. Helmut Kohl war in einer verzweifelnden Lage. Irgendwie schien das zusammenzubrechen. Damals hieß es dann auch, jetzt kriegt die CDU das Schicksal der Demokratie, Christiana und so, war alles auch ein bisschen übertrieben. Aber er hat sich ja auch so saudum benommen, wie man sich überhaupt mit seinem Auftritt im... Alles furchtbar, da wie auch immer. Ich habe darüber meine Auffassung zu der Geschichte ja in einem Buch festgehalten. Das habe ich dann damals gleich geschrieben. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass in dieser Affäre, ich habe ja Kohl verteidigt. Und Angela Merkel, meine Generalsekretärin, hat richtigerweise erkannt, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Und hat dann, ja, sie hat damit, ich habe sie auch unterstützt, ich habe sie auch unterstützt, dass sie Parteivorsitzende werden. Da wollten ja andere ältere Herren, können ja einige, wollten da Parteivorsitzender werden, weil sie gesehen haben, mit mir wird das ja nichts mehr. Das war klar. Ich hatte ja auch meine Fehler gemacht. Das ist so, in eigener Sache macht man immer auch Fehler. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, dass Kohl auch in seiner verzweifelten Lage, sage ich jetzt mal, nicht davor zurückgeschrückt ist, mein persönliches Ansehen zu diskreditieren, obwohl er genau wusste. Damals hat er es noch gewusst, inzwischen hat er es längst verdrängt. Der hatte ja eine große Fähigkeit, die Dinge sich so lange, das können andere auch, zu verdrängen, dass sie es dann selber glauben. Die Erinnerung kann man ja leicht manipulieren, die eigene. Aber damals hat er es noch gewusst, dass es verlogen war. Und dass ich mit diesen 100.000 D-Mark, die ich von dem Schreiber bekommen habe, woraus ich nie ein Geheimnis gemacht habe, was mich mehr gestört hat, war, ich hatte am Tag, nachdem der Haftbefehl gegen Leisner Kieb war, im CDU-Präsidium gesagt, ich habe von dem auch die 100.000 Euro bekommen, wir müssen das gleich melden. Denn dann hieß es, nee, war mein erster großer Fehler. Wir machen das alles, erst dann die Wirtschaftsprüfer, wir haben alle Informationen und die sammeln und dann wird Rechenschaft gelegt. Das war unsere Linie, die war so falsch wie nur was, ich hätte müssen sofort sagen, ja, so war das. Aber es hat niemand aus dem CDU-Präsidium, ich kenne die Teilnehmer noch, hinterher jemals gesagt, also dann, plötzlich hat dann die frühere Staatsmeister gesagt, die hatte ja bestätigt, schriftlich, dass sie das Geld bekommen hat, überhaupt keine Frage. Und plötzlich sagte sie, nee, sie hätte doch mir das Geld gegeben, überhaupt keinen Sinn gemacht. Und darauf kam dann, und dann kam irgendein idiotischer Staatsanwalt, der kann mich jetzt wegen Beleidigung verklagen, den Prozess wird er verlieren. Der hat ein Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher oder wegen Falschaussage vor einem Untersuchungshäuser gemacht. Ich habe gesagt, das können sie doch nicht, gucken sie doch, die Anzeigen sind, dann ist man zu Herrn Schreiber, so hieß dieser Verbrecher, zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die meisten hat er, glaube ich, abgesetzt, ich weiß nicht, ob er noch lebt, das ist mir auch wurscht. Jedenfalls haben sie mit einem Riesen-Bohai, sind sie nach Kanada gefahren, da war der abgehauen, damit er nicht hier ins Gefängnis muss, und haben den da als Kronzeugen vernommen. Ich habe zu dem Staatsanwalt gesagt, die Aussage von dem Mann hat doch null Glaubwürdigkeit, da dürfen sie doch nicht hinfallen. Es ist doch völlig irrelevant. Also war alles nichts und der Kohn hat mit dem konspiriert. Und als ich das gemerkt habe, um mein Ansehen zu zerstören, habe ich gesagt, Helmut, nicht mehr in meinem Leben. Ende. Ich bin zu seiner Beerdigung gegangen, also zu dem Staatsanwalt in Straßburg, der war sehr schön, aber damit ist es auch gut. Ein Grüne hat mir mal erklärt, weshalb ich Freunde haben konnte innerhalb der Partei, was auch nicht so leicht war. Und dann sagt er, das liegt nur daran, dass du Parteivorsitzender wurdest, zu einer Zeit, wo es keinen zweiten Idioten auf der Welt gab, der das freiwillig getan hätte. Und deshalb warst du immer unumstritten. Umstritten war immer, wer Stellvertreter wird, an die Seite darf, das alles. Und deshalb konntest du dir Freundschaften leisten, ich mir nicht. Darüber habe ich lange nachgedacht. Stimmt, das war nur für eine bestimmte Zeit, aber immerhin. Ich glaube, die Politik macht Freundschaften schwer, nicht außerhalb. Da kann man immer welche haben, weiß ich was, zu ganz anderen Menschen. Ja, aber ich finde, das ist doch gut. Politik ist doch, Sie können doch politische Entscheidungen nicht nach persönlichen Freundschaften, Beziehungen treffen. Und deswegen ist es gut, ich habe auch Freunde, die durch die Politik und in der Politik auch sind. Mit denen bin ich auch nicht immer einer Meinung. Aber das ist was anderes, es sind unterschiedliche Bereiche. Also da habe ich ein begrenzteres Vorstellung von Politik. Ich treffe nicht Entscheidungen, weil ich versuche, wenn ich mit jemandem befreundet bin, soll es überhaupt nicht richtig oder falsch halten. Musik Musik